Die häufigste Ursache für einen Eingriff an der Aorta besteht in ihrer krankhaften Erweiterung, einem sogenannten Aortenaneurysma. Bei fortgeschrittener Erkrankung besteht die Gefahr, dass die Innenschicht dieses großen Blutgefäßes einreißt. Wenn sie sich ablöst und vom Blut hinterspült wird, kann dies zu einer lebensbedrohlichen Durchblutungsstörung der inneren Organe und der Extremitäten führen. Die operative Behandlung besteht in der Entfernung des krankhaft erweiterten Aortenabschnitts und dessen Ersatz durch eine Kunststoffprothese. Bei einem Aneurysma der aufsteigenden Aorta kann es durch die Erweiterung ihres Durchmessers zu einer Schließunfähigkeit der Aortenklappe kommen. Mit einer speziellen Operationstechnik, dem sogenannten David-Verfahren, kann die schließunfähige Aortenklappe in manchen Fällen rekonstruiert werden. Ist dies nicht möglich, muss sie vor der Implantation der Gefäßprothese durch eine Klappenprothese ersetzt werden. Nach Vorbereitung des Operationsfeldes und Anschluss der Herz-Lungen-Maschine wird der krankhaft erweiterte Teil der Aorta chirurgisch entfernt und eine Kunststoffprothese angepasst und eingenäht. Nachdem alle Nähte gefertigt sind, wird die Herz-Lungen-Maschine stufenweise in ihrer Leistung heruntergefahren und das Herz übernimmt wieder die volle Pumparbeit. Nach sorgfältiger Überprüfung des Operationsergebnisses wird der Operationszugang verschlossen. Der Patient wird noch schlafend auf die Intensivstation gebracht, wo er später aus der Narkose erwacht. Die Technik wird noch schlafen, wo er nicht bestätigt ist. Die Technik wird noch schlafen, wo er nicht bestätigt ist. Untertitelung des ZDF, 2020